Ja, Freunde, Sonntag ist Safe Game Tag, deswegen sind wir wieder zurück. Vielen Dank fürs Wiedereinschalten. Ja, im letzten Part, also in der letzten Woche, haben wir mit dem Matthias gemeinsam in Südtirol seinen Verein angesehen und jetzt schauen wir gemeinsam auf den B36-Torschauen. Das ist ein Klub von den Faröa-Inseln und ja, das ist eine sehr interessante Geschichte, die ich mir jetzt gemeinsam mit euch anschauen möchte und zwar hat mir das der Fabian geschickt. Jetzt schauen wir einfach mal ganz kurz rein. Er selbst hat sich einen Patch runtergeladen, dass das überhaupt spielbar ist. Das Problem ist, was er gesagt hat, hier seht ihr schon mal, dass insgesamt die Liga nur 18 Spieltage hat. Also ihr spielt quasi zweimal gegen jeden Gegner und dann war es das Ganze. Deswegen hat er mit der Zeit dann die Lust daran verloren. Aber wir schauen jetzt trotzdem mal drauf, weil 2032 doch eine ziemlich lange Zeit ist. Also er wollte in einem sehr kleinen Land anfangen, wo er den Verein und auch die Liga im internationalen Fußball hochbringen versucht hat und zu etablieren versucht hat. Warum er sich genau für den Klub entschieden hat, war eigentlich kompletter Zufall. Sein Ziel war es, wie oben bereits erwähnt, den Verein und die Liga im internationalen Fußball zu etablieren. Gut gelungen ist ihm, dass er national eigentlich schnell einen Vorsprung auf die Konkurrenz ausgebaut hat. Das sieht man eigentlich eh. Im ersten Jahr ist er noch nicht Meister geworden, aber da werden wir dann einiges sehen wahrscheinlich in der Zwischenzeit. International hat er sich langsam aber sicher gesteigert und seine Einrichtungen hat er gut gemanagt. Also da schauen wir natürlich auch rein. In Zukunft besser machen wird er gerne die Jugendarbeit. Mehr für die Liga im Allgemeinen tun, also Spieler für die anderen Vereine ausbilden und weiterverkaufen, die Nationalmannschaftsbemöglichkeit auch übernehmen. Kurios, historische Siege in internationalen Spielen gegen Weltklasse-Mannschaften. Vorstand hat ihm ohne, dass er danach gefragt hat, ein neues Stadion gebaut, welches auch nach ihm benannt wurde. Irland wurde Vize-Weltmeister. Das war wahrscheinlich, ja, weil ich Trainer bin dort. Interessante neue Trainer. Ein paar Beispiele. Marco Verratti beim KSC. Das ist ja wirklich geil. Marvin Compa bei Illertissen. Kostas Manolas bei Norwich. Auch ganz cool. Und ja, ich habe eigentlich hier schon eben gesagt, dass es für ihn mit dem Patch mit der Zeit nicht mehr spielbar war. Er hat eben gesagt, dass er die Lust verloren hat, da das eben die Liga nur 18 Spieltage hatte. Das erklärt auch, warum er so schnell eigentlich vorangekommen ist hier. Pokal hatte keine Hin- und Rückspiele. Und nahezu kein Verein in seiner Liga hatte er in U19. Was später den blöden Beigeschmack hatte, dass meine quasi erste Mannschaft in der UEFA Youth League antreten musste. Wir durften zwar auch nur U19-Spieler spielen, allerdings verschob dieses Missverständnis einige Spiele und war einfach alles in allem nervig. Weil ich nie wirklich darauf geachtet habe, dass ich dann viele U19-Spieler benötige. Da ich dachte, dass dann meine B-Mannschaft antritt. Okay, gut. Nichtsdestotrotz, schauen wir jetzt einfach mal rein. Vielen Dank, dass du die Fragen so ausführlich beantwortet hast. Wir sehen hier, erstes Jahr hat es noch nicht geklappt. Im zweiten Jahr wurde er dann Vizemeister. Drittes Jahr wurde er Dritter. Was steht da unten? Also das seht ihr gerade nicht. Ich blende mal kurz die Kamera aus. Vestu wurde aufgrund des Loses vor Toschern platziert. Ah, nachdem beide mit je 34 Punkten gleich auf waren, da wurde echt per Los entschieden. Das ist ja interessant. Das finde ich eigentlich auch ganz geil. Ich meine, wieso per Los? Vestu hat mehr Tore erzielt und die bessere Tor-Differenz. Aber den direkten Vergleich haben sie halt, haben sie eigentlich auch einmal gewonnen. Interessant. Trotzdem entscheidet das Los. Die spielen halt gern. Da sehen wir, ist er auch noch nicht Meister geworden. Also das war eigentlich schon ein langer Prozess. 2023 hat es zum ersten Mal geklappt. Und dann durchgehen scheinbar. So ist es. Da wurde es dann auch schon immer deutlich auf 54 Punkte. Ja, ich sehe schon das Maximum. Also immer alle Spiele gewonnen. Stelle ich mir mit der Zeit dann aber auch wirklich langweilig vor, so wie er es gesagt hat. Also das ist glaube ich dann echt auf Dauer nicht so wirklich interessant. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal kurz, wie es im Internationalen ergangen ist. Hier sehen wir, an Cork City gescheitert. Erste Quali-Runde der Euroleague. Interessant. Dann das Jahr darauf. Interclub des Kaldes. Ist das Andorra? Jo. Dann. Shaktyur Karagandi. Aus Kasachstan. Okay. Also dann rausgeflogen. Jahr darauf. An einem finnischen Verein gescheitert. Genau. Jahr darauf. Sehen wir gegen die Lions aus Gibraltar. Deutlich gewonnen. Und dann war gegen Slovan Bratislava Endstation. Jahr darauf. Gegen Penny Bond. Die klingen walisisch. Jo. Dann Apollon Limassol rausgeworfen. Morderville gescheitert. Aber das ist schon mal ziemlich gut. Apollon Limassol zu eliminieren. Es ist halt so bitter. Da startest du in die Saison. Und dann ist die eigentlich hier mehr oder weniger schon wieder vorbei. Weil du weißt. Also vorbei ist gut gesagt. Die Ganzjahresmeisterschaft. Dann ist das nicht ganz so tragisch. Aber. Schon irgendwie ganz öd. Wenn es dann nur um diese Spiele eigentlich geht. Weil du Jahr für Jahr sowieso Meister wirst mit der Zeit. Hier sehen wir die Saints. Dann. Kapan. Tiraspol rausgeworfen. Da war dann erst in der vierten Runde der Conference League. Schluss gegen Astra Juju. Dann Slavia Prag. Champions League Quali. Danach sehen wir Cork City. Rausgeworfen. Europa FC. Wer ist denn das schnell? Herr Gibraltar stimmt. Dann New Saints rausgeworfen. Und dann hat das endlich mal in eine Gruppenphase geschafft. Luzern. Luzern. Anderlecht. Rausgeworfen. Ist da dann weiter. Tatsächlich. Erste Ausscheidungsrunde 0 zu 8. Dann gegen Montpellier. Aber das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ja. Darauf sehen wir dann. Champions League Quali. Ist ja sogar zweimal weitergekommen. Die dritte Runde der Champions League Quali war dann Endstation gegen Schacht Jodonetsk. Apuel. Nicosia rausgeworfen. Und damit Gruppenphase der Euroleague. Eindhoven. Liverpool. Und Girondeur Bordeaux. Heftig. Heftige Gruppe auch für die Euroleague. Also alles andere als einfach. Sehr attraktiv. Da hat er es leider nicht geschafft. Dann sehen wir hier an Salzburg in der Champions League Quali gescheitert. Da sehen wir dann Ljubljana Play of Euroleague gescheitert. Und damit dann in die Conference League runtergerutscht. Auch geil eigentlich. Da spielst du hier noch Quali Champions League. Und schlussendlich wirst du dann runtergereiht, durchgereiht bis in die Conference League. Aber da auch wieder eine interessante Gruppe erwischt. Barok, Saloniki, Klub Brüggen und Fiorentina. Also so uninteressant ist der Wettbewerb glaube ich nicht. Bin schon gespannt, wie der in echt so wird. Dann sehen wir hier AstraZeneca. Crusaders. Der hat das tatsächlich mal in die Champions League geschafft. Sevilla. Porto. Da fehlt noch wer. Ah, und da ist tatsächlich dann die Juve League drin. Dass er die auch spielen musste. Sevilla, Porto und Eindhoven. Nicht schlecht auf jeden Fall. Und er hat sich jetzt gar nicht so schlecht präsentiert. Da hat er mal einen Sieg gehabt. Okay, das war's. Na, gar nicht mal. Dann auch ein Unentschieden. Also es für einen Verein von den Veröhnseln schon nicht so schlecht. Das Jahr darauf sehen wir gegen Dundalk Play of der Euroleague gewonnen. Spartak Moskau, Leicester und Eintracht Frankfurt. Auch eine unangenehme Gruppe. Da hat er es aber weiter geschafft. Bis, ja, in die zweite Ausscheidungsrunde der Conference League. Da ist er gegen Angers. Hier, gescheitert. Dann sehen wir hier, Ferenc Varus rausgeworfen. Dynamo Brest rausgeworfen. Schachtel Donetsk besiegt. Champions League. Barca, Bayern, Milan. Ja, Alter, was ist denn das für eine Gruppe? Schauen wir mal, wie er sich gemacht hat. Ein Unentschieden gegen die Bayern. Und noch ein Sieg gegen die Bayern. Ist ja lustig. Okay. Gar nicht schlecht. Und in dem Jahr, jetzt spielt er gegen Linfield. Okay, also irgendwie schon ganz interessant, das Ganze zu sehen. Bin mal gespannt, wie es transfermäßig so aussieht. Also es wird sich nicht so viel getan haben, glaube ich mal. Nicht wirklich was, was man kennen könnte. Javi Lopez, den kenne ich. Oder auch nicht. Da wechsle ich, glaube ich. Darius Lewis, Sören Nielsen. Ich glaube, da kennt man niemanden. Sagen wir mal weiter, vielleicht kommt es dann später noch. Veljo Vukovic, Philipp Georgievic. Den kenne ich. Nicht. Das sind alles so klassische, ohne jetzt böse klingen zu wollen, 0815 Namen. Die man dann schnell mal verwechseln kann. Veljo Vukovic, genauso. Ja, kennt man, glaube ich, auch nicht wirklich. Oder verkauft. Ja, da hat sich nicht wirklich was getan. Ich werde jetzt nicht jeden Einzelnen durchschauen, weil da viele Uninteressante waren. Hier dann mal 190.000 in die Hand genommen. Für ein finnisches Talent. Sonst kennt man auch noch niemanden. Auch jemanden von den Farrö-Enseln. Also da hat sich wenig getan, aber hier ist es dann losgegangen. Also auf das schauen wir jetzt hauptsächlich. Da kamen dann schon andere Namen, also auch einige Legionäre, würde ich jetzt vermuten. Auch hier gibt es echt wenige Spieler noch. Ich glaube halt, dass sich die auch gar nicht so wirklich gut entwickeln, weil es halt ständig das Problem hat, dass die nicht viel spielen. Stellt euch da mal vor, jemand ist zwei Monate verletzt und das ist gerade so über die Sommerzeit. Dann hast du echt das Problem, dass dem eigentlich fast dann die Dreiviertel der Saison wahrscheinlich fehlt. Ja, aber wir sehen hier hat er dann auf jeden Fall begonnen, Geld zu investieren. Also grundsätzlich auch nicht. Christian Wolf, ein New Gen aus Deutschland. Schirara. Munoz. Auch ein ganz guter New Gen. Und da hat er mal 2,5 in die Hand genommen. Ist noch immer bei ihm. Es ist halt heftig, wenn du so ein Spiel erholst, der Marktwert geht dann wahrscheinlich ordentlich runter. Phil McDonald. Ich befürchte halt, da werden wir wirklich selten wir niemanden mehr kennen, weil das ist jetzt, das sind schon 10 Jahre im Spiel. Aber man kriegt zumindest ein Gefühl dafür, was er so veranstaltet hat. Also immer wieder New Gen von Top Clubs geholt. Also Top Clubs von guten Clubs aus guten Ligen geholt. Das ist eh der klassische Weg. Das sind halt einfach die, die nicht gut genug sind, so wie der nicht gut genug ist für PSG. Aber da kann er halt trotzdem Stammspieler sein. Also eigentlich eh ganz klar. Sehr darauf. Mori Kamara. Okay. Das heißt, wir haben mal ein bisschen einen Überblick bekommen. Wie schaut denn jetzt die Mannschaft aus? Du hast 4 Spieler von den Vorrenzeln. Ja, gut. Das erklärt natürlich, warum du international erfolgreich bist. Ist natürlich ein bisschen schade, weil dadurch hat sich jetzt wahrscheinlich, die Liga wird sich schon verbessert haben. Aber ich glaube, der Fußball an sich bei den Vorrenzeln wahrscheinlich dann eher weniger. Spitzname der National Team. Da waren sie kreativ. Ja, wir sehen von der Weltrangliste her ging es eigentlich eher bergab in der Zeit. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Also da hätte man schon mehr draus machen müssen fast. Also du hast jetzt zwar den Verein und die Liga weiterentwickelt, aber für das Land an sich jetzt nicht wirklich einen großen Beitrag geleistet. Aber gut. Wir sehen hier auf jeden Fall sehr exotisch. Also wir haben Afrikaner dabei. Wir haben viele Südamerikaner. Sogar einen aus Indien dabei. Vom Alter her gutes Fußballeralter. Die Limite 20. Keiner über 30. Sieht eigentlich ganz gut aus. Schauen wir mal auf deine Taktik. Ein klassisches 4-2-3-1-System. Wir sehen zwei Flügelverteidiger. Einen ballspielenden Innenverteidiger. Scalvini. Der absolut kein ballspielender Innenverteidiger ist, weil er passen Wert von 8 hat und eine Übersicht von 5. Schauen wir mal, ob du da noch wen hast. Also in meinen Augen. Und ich sehe nicht wirklich gut. Das wäre so einer, der könnte es so halbwegs. Der zumindest, naja, ist eigentlich auch kein klassischer ballspielender Innenverteidiger, weil der hat keine gute Ballannahme. Passspielwert von 11 ist okay, aber keine gute Übersicht. Wie haben wir da? Ja, ist eigentlich ähnliche Geschichte. Ich glaube auch nicht, dass du aufgestellt hast. Du hast zumindest einen Schlüsselspieler da unten. Schauen wir einfach mal durch. Also Torhüter. Ist das auch ein Ersatzkeeper? Sebastian Malione. Ein Argentinier. Petersen, junger Spieler, junger Torhüter. Und McDonald. Da steht, dass der dann Stammtorhüter ist. Zumindest vom Vertrag her. Aber das muss natürlich nichts sagen. So, dann schauen wir hier ein bisschen durch. Luik Cortez. Mental und physisch sehr gut. Nicht sonderlich offensiv stark. Dribbling nicht gut. Flanken nicht gut. Wäre für mich eher so ein Außenverteidiger. Auf der anderen Seite, gleiche Geschichte. Wäre für mich auch ein klassischer Außenverteidiger auf Support. Weil Flanken wäre das okay. Aber dribbeln muss der Flügelverteidiger auch können. Also da gibt es noch Luft nach oben. Peter Amisar. Ja, ganz in Ordnung für das Niveau. Girard. Es ist eigentlich jetzt nicht viel besser, als wir momentan in Nordirland oder in Irland haben. Wilalba. Dann sehen wir Colombo. Ja, es ist... Der ist schon ein ganz guter eigentlich. Es ist mental und körperlich gut. Und dann auch 15er Wert. Bei der Technik zum Beispiel. Das ist nichts, was wir irgendwo haben. Der ist mental relativ schwach. Türmeister aus Indonesien, nicht Indien. Wie komme ich auf Indien? Auf jeden Fall. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Sehr gute Werte. 24 Jahre. Ist ein super alter. Nicht schlecht. Ricardo Suarez. Auch in Ordnung. Sekutiam. Der gefällt mir mental und körperlich wieder irrsinnig gut. Technisch ist er auch solide. Francisco Pastor. Gute Aggressivität. Sehr, körperlich sehr, sehr stark. Danton Pondo. Das ist körperlich und mental gigantisch. Technisch klar, klare Defizite. Also mir persönlich wäre es ein bisschen zu international, muss ich sagen. Aber du wolltest halt den Verein weiterbringen. Und das schaffst du halt natürlich schneller, wenn du Spieler aus verschiedenen Ländern holst. Weil sonst hast du solche in der Mannschaft. Ist auch irgendwie klar. Kari Petersen. Ja, es ist schade. Ich meine, vielleicht liegt es auch ein bisschen am Pfeil, wenn du eine richtige U19 hast. Mit der U19-Meisterschaft. Dann ist das schon ganz cool, glaube ich. Aber der ist mental super. Wer war denn das jetzt? War das der? Also ich habe den Namen vergessen von dem. So. Kari Petersen Beckers. Das war schon. Nein, das war nicht der. Dorgan Aggressivität. Das ist ja. Aggressivität 20. Dann Mai körperlich und mental auch sehr, sehr gut. Hängende Spitze. Und dann hat er einen Abschlusswert von 6. Das ist halt auch bitter. Also so einen muss dann schon umtrainieren fast. Kindland körperlich sensationell. Technische Werte sind okay. Also insgesamt muss ich sagen, wundert es mich, dass du es mit dieser Mannschaft in die Champions League geschafft hast. Ich hätte mir die jetzt fast ein bisschen stärker vorgestellt. Aber gut, wenn es funktioniert. Wir sehen, sehr kurzes, sehr langsames Passspiel. Sehr geduldig. Selten dribbeln. Du willst echt viel den Ball laufen lassen. Von hinten raus. Aber gegen Pressing. Sehr hoch, sehr aggressiv. Ehe was, was natürlich sehr, sehr gut funktioniert. Ja. Sieht eigentlich eh ganz gut aus. Jetzt schauen wir noch kurz hier rein. Ja, Einrichtungen hast du wirklich super ausgebaut. Jugendeinrichtungen an sich könnte es noch deutlich verbessern. Aber Nachwuchsrekrutierung 8 von 8 ist natürlich super. Ja. Aber wo sind die dann alle? Sieht wahrscheinlich echt so auch ein bisschen am Pfeil. Naja. Gut. Also ich würde eben sagen, wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, dass du so wenig auf Spieler von den Verröhrenzen gesetzt hast. Aber man hatte gesehen, was da so an Spielern drin ist. Also da ist die Qualität natürlich alles andere als gut. Ich weiß nicht, wie das Ligasystem in echt ist. Ist das wirklich so mit 18 Spielen nur? Weil dann ist das ja richtig, richtig wenig. Ich meine, ich weiß nicht, wie es vom Wetter her ist, wie lange man wirklich auf den Verröhrenzeln Fußball spielen kann im Jahr. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Save und eine richtig schöne Abwechslung. Also ich bin schon gespannt, was die Community so meint. Bitte einfach eure Meinung in die Kommentare. Und ja. So einen Exoten zu haben, macht auf jeden Fall Spaß. Also ich kann mir gut vorstellen, sowas auch mal irgendwann zu bringen. Hatten wir ja jetzt eigentlich eh schon mit Nordirland. Aber das ist noch eine Spur exotischer. Gut, ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen, gemütlichen Sonntag. Hoffe, wir sehen uns dann morgen bei den Let's Plays wieder. Und ja, danke fürs Einschalten. Bis bald. Ciao. Und ja, danke fürs Issnet.